Ja, alle schreiben, ihr seid ohne Scheiß-Livestream, ihr seid dumme Nutten. Ihr schreibt alle rein, los, 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 los. Ich mach das das erste Mal, was seid ihr für geistig behinderte kleine Fotzen, Alter. Verpisst aus euch meinen Livestream, ganz ehrlich. Das ist unerträglich, ihr seid scheiße. Los, 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 Alter, ihr seid kleine Wichser, ehrlich. Hilft mir richtig viel, was ihr schreibt. Meine Fresse, Alter, unerträglich, der Chat. Er hat ja das Geld ausgegeben, sein Geld ist weg. Was hat er falsch gemacht? Rechts, 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 Alter, seid ihr doof, oder was? Rechts war seine Leiche, da war nix. Er hat Selbstbelegung gekauft, sehe ich gerade? Keine Ahnung, Digga, ich spiele das erste Mal, warum soll ich das wissen? Alle schreiben rechts, ich gucke rechts, da ist ein Wald. Was soll mir das sagen, Digga, rechts, rechts, rechts. Das sehe ich aber, dass das schon passt, Digga. Das sehe ich schon, dass das passt, Brudi. Ja, das passt. Merkt euch das Gesicht? Wenn ihr Fragen zum Thema PC habt, meldet euch unter 0800 333. Ich fick deine Mutter, 66669er mit deiner Schwester. Ruft an und ich helfe euch immer bei PC-Problemen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Monatsgeworden. Oh, nein! Scheiße! Oh, nee! Nee! So. Das ist wirklich unerträglich, dieses Scheißding. Meine Fresse nicht noch mal, Junge. So. Können abkotzen. Ich auch. Oben auf dem Dach, ich gehe wieder ein. 2, 2, 2. Die haben Gott sei Dank kein Aim, Ehrenmänner. Und wo schießt der mich an? Der eine hat kein Shield mehr. Ich pushe hoch. Ich gehe aufs Dach auch. Ich gehe aufs Dach. Und wo komme ich auch noch aufs Dach? Ich bin One als ein Großonkel, Digga. Ja, ja. Der eine war auch Shield-Break oben. Ey, komm, wir rein. Push rein, push rein, push rein, push rein. Bei uns im Haus? Ich sehe ihn da oben noch auf dem Dach, Carsten. Unten im Haus ist er wo uns. Ich habe ihn Monte, guter Call. Kuss. Noch einer, pass auf. Nice shots, nice shots. Oder kurz, 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 einer noch irgendwo. Oh, Danny, Digga, Danny, Mann. Let's go, wir sind's. Oh, Jungs, ich markiere euch. Wie komme ich da hoch aufs Dach? Das Markieren ist wack. Danny, Digga. Digga, ich neif erstmal in der Luft. Komm. Subs laufen, einwandfrei. Bits, komm jetzt. Achtung, Bits. Hm. Hm. Also, es ist Geschmackssache, aber ich finde nicht, dass man jemanden verurteilen kann, weil er Gurken auf dem Cheeseburger isst. Ach, der, ach, also Monte, du hast schon ganz andere Leute wegen ganz anderen Sachen verurteilt, ne? Er hat eine Schwester, weil sie eine Hohe ist. Ja, komm, Bruderlei, die rede ich gar nicht mehr. Prison? Ja. Ja. Sofort raus. Sträuche. Drückt die manchmal L1? Nee, bringt ja nichts. Für die Optik. Auf den Glauben. Ah, perfekt. Ja. Ach, Digga. What? Ich sterbe deshalb fast. Tot. Ich will dir, Digga, direkt raus, Digga. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße, Digga? Wer will mich bei Infinity Warfare verarschen, Digga? Nice call, Bruder. Und Carsten fängt mich jetzt mal Arsch der Welt, Digga? Digga, ich wusste lachen. Scheiße. Monte ist der erste Mensch auf der Welt, der beim Bett ruhig hat. Digga, was ist das für die Mensch? Was, Digga, ich will da hinfliegen, ich sterbe, weil ich außerhalb der Zone bin, äh? Digga. Digga. Das kannst du dir nicht ausmalen, was hier passiert. Oh, 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 oh. Oh, Bruder. Warum, 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 warum? Wisst ihr, was immer gut kam? Zwei Stühle, zwei Stühle, du setzt dich ein bisschen nach vorne, hast den Piedl in der Hand, die alte hier, machst die Dinger über deine Schulter, die Beine und dann legt sie sich ein bisschen, weil das Ding hat ja nach hinten Funktion, Lehnfunktion, dann legt sie sich ein bisschen nach hinten, du nimmst den Kollegen rein und machst diesen hier, baby, und hast sogar noch Rollen, oder was du natürlich auch mal kannst, du machst einfach diesen hier am Weltfrauentag, wichtige Tipps auch, nimmst die alte, schmeißt sie hier in den Stuhl, dann liegt die natürlich so, also ich mach's jetzt mal bildlich einmal ganz kurz vor, dann liegt sie gefühlt so, dann liegt sie so, ja. Und was ihr dann macht, überlasse ich eurer Fantasie. Das geht nicht, ich kann nicht aimen. Lass Black Ops 4 gehen, oder? Wenn ich jetzt aimen kann, okay, dann. Ich glaub, dein Controller macht Faxen. Was geht? Jetzt kann ich aimen. Ah, ich musste nur einmal sterben, Digga. Beste. Perfekt. Gut, also wirklich ein stabiles Spiel ist das. Ja, ich hab auch schon richtig Spaß hier gehabt. Die erste Runde, die ich eben gestartet hab, Digga, war meine Waffe nicht geladen. Also ich hab unsichtbar geschossen. Was war deine Waffe? Meine Waffe war nicht geladen. Musste erst gerendert werden. Oh, lol. Korrekt. Die, ach, es ist so, Digga, wie die kleinen Notensöhne wieder im Haar. Weil ich's nicht möchte, Digga. Aber, aber, ich versteh's nicht. Der Grund ist, weil ich's nicht möchte. Der, aber das ist doch kein gescheiter Grund. Marcel, ehres. Kannst du das mit irgendjemand anderem machen? Nein, 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 mach ich nicht. Hättest du, äh, nein, hättest du mich off-stream angerufen, ich hätt genau dasselbe gesagt. Hm, was sagt der Streamchat? Was sagt der Streamchat? Es ist mir vollkommen scheißegal. Nein, 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 lass doch mal gucken. Ja, guck, guck, guck. Ich kann nicht gucken, ich kann nicht gucken. Ja, dann, Pech gehabt, Bruder. Ey, du, ey, ohne Spaß, danke, dass du's machst. Ich hätt, so, so war ich hier liege, ich hätt in 30 Sekunden geglaubt, dass ich's nicht machst. Bei, bei, hör mal zu, dann weißt du, Digga, dass ich mich jetzt auch, Kai, das ist jetzt auch echt kein Bock ab, mich vorlauern zu lassen. Beim Leben von Kylo, ich werd das nicht drehen. Doch, bitte. Ja, hau rein, Digga. Geh mal mal mit. Scheiße! Muss man hier, oder was? Ist das ein Bug, ist das unter dir? Ich weiß nicht, ich seh hier nix. Geh mal an die Station, bitte. An die Station bin ich ja gegangen, ja. Und, äh, kannst du's nicht auswählen? Nein. Das kostet was. Auf der Kiste. Digga. Hä? Rechts, rechte Seite, Digga, rechte Seite. Welche rechte Seite? Ich steh doch hier vor, hier rechts ist nix. Bei dir, Carsten? Ich bin nicht hinter dir, Carsten. Wo komm ich denn hier, wie komm ich denn zu dir? Oh, nein. Was ist das denn mit der Kamera, Digga? Also, das war es an der Stelle immer wieder kompletter Reno. Junge, junge, junge. Ich meinst, ich bin求 damit, eine glaube, die, als du. Also, ich bin hört man ja, dieНуbe. 100% 1% 20% 2% 2% 3% Das war auch wirklich das letzte Mal, dass du die Fische gefüttert hast, Junge. Halt die Fresse, das ist nur ein paar Antiert, Alter. Du hässlinger Wichser.